Servus von der Mehlmüllhalde. Im heutigen Video kann ich mein Glück gar nicht fassen, dass ich vom Internationalen Währungsfonds so eine große Spende bekommen soll. Und das auch noch so schnell, weil das Bargeld mit einem DHL-Paket verschickt wird und die Leute da sind wirklich schnell. Einfach wunderbar. Zum besseren Verständnis meiner Mehlmirmalmüll-Videos und damit ich dich nicht in jedem einzelnen Video mit den Details langweilen muss, schau dir bitte das Making-of-Video dazu an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem falschen IWF und falschen DHL. Am Ende des Videos gibt es noch ein Statement vom echten DHL, da ich die natürlich über die Machenschaften meiner neuen Freunde informiert habe. Es gibt Tage, da bekommt man unerwartet E-Mails, bei deren Inhalt man sprachlos vor Glück ist. Wie ich zum Beispiel diese erhalten habe. Hallo Frau und Herr. Der Internationale Währungsfonds, IWF, gewährt natürlichen oder juristischen Personen mit Wohnsitz in allen europäischen Ländern Zuschüsse, in bar. Aufgrund des Covid-19-Lockdowns. Kann man es fassen? Nach all den Entbehrungen und Problemen in der Corona-Zeit wird man nun sogar vom IWF entschädigt. So ein Glück. Und sie schreiben weiter. Die Spende wird nicht zurückerstattet. Dabei handelt es sich um Geldbeträge, die so verteilt werden, dass sie sie nicht zurückgeben müssen. Das gemeinsame Ziel besteht darin, Menschen in finanziellen Schwierigkeiten zu ermutigen und zu unterstützen. Sie können eine Förderung in Höhe von 250.000 Euro in Form eines Stipendiums erhalten. Wir kennen uns daher nicht, können sie aber auf Wunsch kostenfrei finanzieren. Ich habe selbstverständlich sofort geantwortet und meine Freude kundgetan. Allerdings wollte ich das Ganze nicht zu einfach gestalten. Ich habe meinen neuen Freunden eine Aufgabe gestellt und habe geschrieben. Du wirst verstehen, dass ich nicht die Hälfte dieses Geldes an das österreichische Finanzamt zahlen will, also muss ich eine Möglichkeit finden, unter anderem Namen und Adresse in einem Nicht-EU-Land ein Konto zu haben, damit ich nichts von dem Geld verliere, vielleicht in der Schweiz. Dazu brauche ich aber etwas Zeit, oder gibt es ein Treuhandkonto von euch, auf welches ich zugreifen kann, liebe Grüße und Gottes Segen. Sofort folgten die mehrfachen Fragen nach einer WhatsApp-Nummer. Machen alle Scammer. Keiner will normale Telefonnummer, und keiner gibt eine normale Telefonnummer hier. Merke, keine Nummern hergeben. Allerdings kamen meine Freunde auch mit einer Lösung für mein Steuerproblem. Ist doch gut, wenn der IWF dir bei Steuerhinterziehung so unter die Arme greift. Tatsächlich wurde mir folgendes angeboten. Das Geld wird in einem Paket verpackt und per DHL Express verschickt. Wenn es verpackt wird, werden sie das nicht tun. Abgesehen von den herrlichen Deutschkenntnissen musste ich doch aufklären. Ich habe aber kein WhatsApp, ich bin ein alter Mann mit klassischem Telefon, mit allen diesen Apps kenne ich mich nicht aus. Und selbstverständlich musste ich noch meine Zweifel an dieser Variante der Zustellung von Bargeld loswerden und schrieb, und ist es nicht gefährlich, so viel Geld in einem Paket mit einem Paketdienst zu verschicken? Ich würde da viel Angst haben, dass das Paket verschwindet. Gott sei Dank konnten alle meine Zweifel mit folgendem aus der nächsten Mail sofort zerstreut werden. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass unsere Bank eine sehr sichere Bank ist und wir alle unsere Sachen sehr sicher erledigen. Keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass wir so viel Geld in einem verpackten Paket verschicken, da dieses ansonsten sehr verpackt ist. Ist doch beruhigend zu wissen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. In der Folge kam abermals die Frage nach WhatsApp-Nummer, und nachdem ich darauf gar nicht reagiert habe, war dann Kommunikation per E-Mail auch okay. Nach einigen Mails hin und her über Banküberweisung ja oder nein, oder doch Paket, und die Frage nach meinen Daten, habe ich selbst mal nach einer Adresse, Telefonnummer, Impressum oder Webseite der FMN gefragt, weil ich doch gar nicht wisse, mit wem ich es zu tun habe. Nachdem meine Fragen ignoriert wurden und ich auch mal einen Schritt weiter kommen wollte, habe ich Paketversand von 50.000 Euro vereinbart und habe bereitwillig meine falschen Daten wie Name und Adresse für den Versand bekannt gegeben. Außerdem wurde nach einem Foto meines Reisepasses gefragt. Also habe ich dieses geschickt. Ich glaube aber, die wollten die Innenseite sehen. Naja, ich kenne mich eben nicht so gut aus. So, nächstes Level. Bisher war ja alles noch harmlos, solange man keine persönlichen Daten rausgibt. Und eigentlich beginnt jetzt erst der richtige Spaß. Und zwar mit diesem Dokument. Zu so einem Deal gehört natürlich eine ordentliche schriftliche Vereinbarung. Im ersten Teil sehen wir die Beteiligten. Man beachte den Unterschied zwischen Währungsfonds und Weltraumforschung. Das werde ich später auch noch wenig erfolgreich hinterfragen. Die Logos von ÖAW und IWF können übrigens gegoogelt werden und sind tatsächlich im selben Bild. Weiters ist das Wort Verpflichtung in einer Schriftart, wie sie niemand in einem solchen Dokument verwenden würde, schon gar nicht der IWF. Im zweiten Teil des Dokuments wird es auch nicht besser. Artikel 1 spricht von meiner Unterschrift, welche ich allerdings nie geleistet habe. Sehen wir auch im dritten Teil des Dokuments. Und ein Dominik taucht auf als Geschäftsführer des mit der Bank kooperierenden Spenderunternehmens. Sehr kryptisch das Ganze. Zumal es im dritten Teil nicht wirklich besser wird. Der wichtige Teil mit den Unterschriften. Zuerst finden wir Dominik mit einem Stempel der HSH Nordbank in Berlin, welche nie zuvor in irgendeiner Mail oder einem Dokument aufscheint. Die HSH Nordbank war die größte Schiffsbank der Welt, doch die frühere Landesbank hat Hamburg und Schleswig-Holstein Milliardenverluste eingebracht und wurde privatisiert. Für den IWF, wobei ich immer noch nicht weiß ob Währungsfonds oder Weltraumforschung, signiert eine Martina ohne Stempel und mit der Handschrift eines Volksschülers. Wahnsinn! Gibt es denn sogar schon bei den Betrügern und Fälschern einen Fachkräftemangel? Und von mir fehlt jede Spur einer Unterschrift, was aber meine Freunde nicht aufhalten konnte, mir weiterhin das Geld aufzudrängen. Bevor es gleich zum nächsten Highlight kommt, hier noch der Battle um die Auskunft ob Währungsfonds oder Weltraumforschung. Eine meiner Meinung nach extrem abgedrehte Unterhaltung. Ich blende wegen der meist kurzen Wortmeldungen die dazugehörenden Mails nicht ein, will euch aber den Schlagabtausch an sich nicht vorenthalten. Also legen wir los mit meiner ersten Frage. IWF, Internationale Weltraumforschung, was ist das denn jetzt wieder? Hallo Herr IWF, es ist der Internationale Währungsfonds. Dieses Unternehmen basiert auf dem Angebot rückzahlbarer Spenden. Es ist das Unternehmen, das uns die Spende gewährt, und wir überweisen diese auf Ihr Konto. Es handelt sich also um ein großes Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, nicht spendende Spenden zu tätigen. Rückzahlbare Spenden an den Verein, der eine Spende benötigt. Bitte unterschreiben Sie die Datei so schnell wie möglich, damit wir Ihr Paket so schnell wie möglich verpacken und es Ihnen so schnell wie möglich zusenden können. Bitte. Mein Name ist nicht IWF. Am gesendeten Dokument steht aber die Internationale Weltraumforschung. Bitte mehr Aufmerksamkeit. Ich ersuche um Prüfung und Bescheid. Liebe Grüße. Möchten Sie das Dokument bitte unterschreiben? Beantwortest du meine Fragen? IWF ist nicht IWF. Währung oder Weltraum? Verstehst du mich nicht? Vielleicht eine andere Sprache? Welche Frage stellen Sie mir? Nun die Frage, Sir. Willst du mich verhaschen? Kannst du nicht lesen, nach drei Tagen ohne Antwort habe ich wieder geschrieben, warum bekomme ich keine Antwort mehr? Ich habe auch noch kein Paket bekommen. Ich habe alle meine Daten geschickt und jetzt ist Ruhe? Unterschreiben Sie zunächst das Dokument. Danach wird das Paket umgehend versendet. Ich frage dich nochmal. Schaust du dein beschissenes Dokument an? Da steht internationale Weltraumforschung und nicht internationaler Währungsfonds. Wer macht denn bei euch die Dokumente? Schlimmer geht's immer. Bitte um Erklärung. Mein Herr hat das Dokument unterschrieben, damit es ihn nichts ausmacht, es unterschrieben zu haben, denn wir werden das Paket morgen sofort verpacken. Dein Herr ist ein Trottel. Bitte verpacken, morgen. Oh mein Gott. Stimmt. Oh mein Gott. Der ignoriert konsequent meine Fragen, ich unterschreibe nichts, beschimpfe alle, und als Belohnung sagt er mir, dass das Paket am nächsten Tag versendet wird. Unfassbar, wie der glauben kann, dass er mich irgendwie an der Leine hat. Freundlicherweise hat er dann noch Bilder von Paket und Bargeld geschickt. Und damit kommt auch schon der nächste Hauptdarsteller ins Spiel. Wobei wahrscheinlich ein und dieselbe Person von zwei Adressen schreibt. Schauen wir mal, was da weiterkommt. So, und damit betritt der zweite Hauptdarsteller die Bühne. Bitte einen tosenden Applaus für den falschen DHL. Nachdem mir FMN stolz erklärt hat, dass mein Paket mit dem Bargeld schon per DHL-Flugzeug auf der Reise zu mir ist, hat es auch nicht lange gedauert und bekam ein entsprechendes Aviso vom falschen DHL Wien unter einer irren E-Mail-Adresse, dass meine Sendung so gut wie zugestellt ist, ich allerdings vorher 242 Euro für Liefer- und Treibstoffkosten zahlen muss. Sogar eine Karte von der Zustelleradresse und ein Foto vom Paket haben sie geschickt. Schaut doch gleich besser aus. Natürlich wollte ich es auch hier ein bisschen komplizierter gestalten und fragte nach einem Foto des Aufklebers mit Absender und Empfänger, da mir zeitgleich ein Paket von DHL Feldkirch avisiert wurde und ich vor Bezahlung schon wissen möchte, wer denn der Absender ist. Und selbstverständlich habe ich mit nächster E-Mail alles bekommen, was ich brauchte. Oder eben nicht. Guten Abend, lieber Kunde, Sie haben die 242 Euro bereits bezahlt, denn der Bus ist bereits fertig und wir warten nur auf Sie. Und weil ich mich nicht gleich gemeldet habe, wurde ich nochmal freundlich erinnert, doch die 242 Euro endlich zu bezahlen, weil der Bus mit meinem Paket doch schon auf dem Sprung zu meiner Heimatadresse ist. Und als Beweis wurde mir eine herrliche Lieferrechnung mitgeschickt. Also wer sich von solchen Leuten mit solchen Fähigkeiten betrügen lässt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Schau dir doch mal bitte diese sogenannte Lieferrechnung an. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Eine solch schlechte Fälschung ist schon eine Beleidigung für jeden potenziell Betrogenen. Die Scammer könnten sich ruhig etwas mehr Mühe geben, aber ich verstehe schon, Zeit ist Geld. Fangen wir mal mit dem Firmennamen an. Der österreichische Ableger der DHL Express nennt sich entgegen der Ausführung auf der Rechnung DHL Express Austria GmbH. Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, was mit Sirene und Siret gemeint ist. Allerdings ist die Rechtsform nicht SAS, sondern GmbH und die genannte Liefersteuer-Identifikationsnummer soll wohl die UID-Nummer sein. Und die ist auch falsch. Wäre alles zu googeln gewesen, aber wie gesagt, in dem Business fehlt eben manchmal die Zeit für solch unwichtige Details. Am Ende des Tages muss man feststellen, dass der kreative Kopf, welcher diese sogenannte Rechnung erstellt hat, so etwas noch nicht oft in seinem Leben gemacht hat. Falsche Daten, falsche Form, unnötige Informationen ohne Ende. Wie kann nur irgendjemand darauf reinfallen? Und wie kann der Scammer nur seinen Job behalten? Aber gut, dann machen wir mal weiter mit der Kommunikation des Wahnsinns. Leider musste ich nochmals auf meine Fragen bezüglich Liebel und Feldkirch zurückkommen. Sir, es ist ein Unternehmen mit zu vielen Fragen, aber haben Sie keine Angst vor etwas, das bezahlt wird, und lassen Sie sich sofort nach Hause liefern? Nachdem ich dieses Foto vom geöffneten Karton mitgeschickt bekommen habe, musste ich mich schon nach deren Geisteszustand erkundigen. Wie kommt man auf die Idee, das Paket eines Kunden zu öffnen? Allerdings wurde das im Gegensatz zu meinen anderen Fragen ganz logisch erklärt. Oder auch eben wieder nicht. Das Foto ist übrigens das gleiche, welches auch schon FMN geschickt hatte, vor dem vermeintlichen Versand. Wieder Minimumaufwand. Wir haben das Paket geöffnet, damit Sie wirklich sehen können, dass Ihr Paket schon seit Tagen bei uns verfügbar ist. Achten Sie also auf das Etikett. Ich habe Ihnen bereits eine standardisierte und klare Rechnung geschickt. Darin können Sie alles lesen. Sie haben nichts zu befürchten, dass Ihre Lieferung ankommen wird. Innerhalb weniger Stunden habe ich die Zahlung von 242 Euro getätigt und schon ist es vorbei. Damit wir dann mal weiterkommen, musste ich noch zweimal nach einer Bankverbindung fragen, damit ich endlich überweisen und mein Paket bekommen kann. Wer dann mit einer Kontonummer lautend auf DHL gerechnet hat, der hat sich eben verrechnet. Im Sinne einer guten Zusammenarbeit wollte ich trotzdem sofort bezahlen, allerdings auf den tollen Service der Sendungsverfolgung zurückgreifen, um voller Aufregung die Ankunft meines Pakets zu erwarten. Hören Sie zu, es handelt sich um eine Lieferung nach Hause, und ich kann Ihnen einen Nachweis schicken, dass der Bus und das Team bereits bereit sind. Wenn Sie zählen, leisten Sie jetzt die Zahlung. Das Beste für Sie ist, schnell zu gehen, da wir das Geschäft um 17 Uhr schließen und den Bus vor 17 Uhr freigeben müssen. Also nochmal, weil unbeantwortet, die Frage nach der Sendungsverfolgung bzw. der dazu nötigen Sendungsnummer. Hören Sie tagelang zu, wir haben das Paket erhalten, der Tracking-Code ist 72 Stunden lang gültig und es ist im Moment kein Koffer mehr, selbst wenn ich ihn Ihnen schicke, wird es nicht mehr möglich sein, ihm zu folgen. Sie sind es, der das nicht tut, Sie haben nicht schnell geantwortet, wenn der Tracking-Code nicht gültig war, aber ich werde ihn Ihnen für mehr Sicherheit senden, und Sie werden ihn selbst überprüfen und mit eigenen Augen sehen, hier wird Sie niemand verraten, Sie werden Ihr Paket haben oder nichts. Gutes Schlusswort, Sie werden Ihr Paket haben oder nichts. Dann wohl eher wahrscheinlich nichts, die zugesandten Aufkleber sind natürlich nicht mal das Papier wert, auf dem Sie gedruckt sind. Umso lustiger der letzte Überzeugungsversuch. Man achte auf die realistischen Darstellungen. Vertrauen Sie uns einfach und versuchen Sie, dass wir Ihnen morgen liefern können, da Ihre Adresse bereits gefunden wurde und alles kurz vor dem Abschluss steht. Wir warten auf Sie. Ein Kunde hat gestern auch eine Lieferung erhalten, damit Sie Ihr Herz öffnen und uns wirklich vertrauen können, Sie auch mit Ihren eigenen Augen zu sehen. Und da schicken mir die tatsächlich dieses Random-Foto einer Sendungsübergabe von der DHL-Webseite mit, damit ich mein Herz öffne. Oder doch lieber die Geldtasche. Nachdem ich die Geschichte dann mal zu einem Ende bringen wollte, holte ich zum finalen Schlag aus und wollte nur noch die Reaktion auf folgende E-Mail wissen. Blablabla. Hören Sie mir zu, tun Sie, was Sie wollen, okay, aber verlassen Sie sich trotzdem nicht auf mich, wenn Sie nichts bekommen haben. Denn ich habe Ihnen wirklich erklärt, dass wir ein sehr aufrichtiges und sehr seriöses Unternehmen sind. Sie haben nichts zu befürchten, dass das Paket ankommt Ihnen zur Verfügung. Sobald Sie die 242 Euro sofort auf das Konto des Buchhalters unseres Unternehmens überwiesen haben, müssen wir Lieferkosten haben. Dies geschieht bei DHL auf der ganzen Welt, wenn Sie eine Anfrage stellen möchten. Sie müssen also die Liefer- und Treibstoffkosten bezahlen, weil Ihre die Stadt ist ein bisschen weit von Wien entfernt. Sie müssen uns verstehen und verstehen, dass wir Ihnen heute wirklich liefern möchten und es stimmt, dass der heutige Tag vergeht, ohne dass Sie bezahlen. Wir werden das Paket auch an den Absender zurücksenden und wir haben nichts damit zu tun. Sie also, wenn Sie nichts mit uns zu tun haben, sagen Sie es uns und wir werden diesen Ordner sofort stoppen und das Paket sofort an den Absender zurücksenden, auch weil wir die Euro, die wir darin gesehen haben, mitnehmen und verwenden können. Auch wenn Sie sie haben, es macht Spaß. Wir nehmen alles und kümmern uns um Ihre Euros. Sie werden sehen. Da bleibt mir tatsächlich nicht mehr viel zu sagen übrig. Obwohl Sie schon bemerkt haben sollten, dass ich Sie nur hinhalte und verarsche, halten Sie immer noch an der Geschichte fest. Auch FMN hat zwischendurch immer wieder geschrieben, um mich zur Zusammenarbeit mit DHL zu ermutigen. Wie schon gesagt, wahrscheinlich werden beide E-Mail-Adressen von einer Person verwendet. Jedenfalls sollst du aus diesem und meinen noch folgenden Videos lernen, wie offensichtlich schlecht die Betrüger performen. Und jetzt zum Schluss noch die Stellungnahme der echten Firma DHL Express Austria, nachdem ich der zuständigen Dame den Fall geschildert habe und fragte, ob ich ihr etwaige Mails oder Dokumente weiterleiten soll. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sie liegen natürlich völlig richtig, dass hier unser Name missbräuchlich verwendet wird. Die Vielfalt und der Einfallsreichtum der Initiatoren ist nahezu ungebremst und die Taktik ändert sich laufend. Schreiben die ob per SMS, Mail oder WhatsApp versandt werden, passen sich den entsprechenden Gegebenheiten an. Sobald wieder eine Spamwelle losgetreten wird, werden wir mit Anrufen, Mail und Chat-Anfragen nahezu überschwemmt. Den Betrügern auf die Schliche zu kommen, ist nahezu unmöglich. Uns liegen aber stets zahlreiche Beispiele vor, aber eine wirkliche Handhabe haben wir nicht. Wenn uns Anfragen erreichen, dann klären wir selbstverständlich auf. Geschädigte bitten wir, Anzeige zu erstatten. Vielen Dank, dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Nun wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Teilt das Video, damit so viele Menschen wie möglich informiert und gewarnt sind. Gegen ein Like und ein Abo habe ich natürlich auch nichts. Also dann Servus bis zum nächsten Video.